Verbraucherschutz ist wichtig. Das finden auch die meisten Menschen in Deutschland. Der Verbraucherzentrale Bundesverband setzt sich für eine gerechte und nachhaltige Ordnung von Gesellschaft und Wirtschaft ein. Im Mittelpunkt sollen die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher stehen. Als Verbraucherschutzverband vermitteln wir zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Verbraucher zu stärken und ihre Rechte durchzusetzen. Jedes Jahr fragt der Verbraucherzentrale Bundesverband 1000 Menschen in Deutschland nach ihrer Meinung zu Themen rund um den Verbraucherschutz. Daraus entsteht dann der Verbraucherreport. Die Ergebnisse des Jahres 2018 zeichnen ein klares Bild. Für viele Menschen bedeutet Verbraucherschutz Sicherheit im Alltag. Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland findet, dass Verbraucherschutzentscheiden zu ihrer persönlichen Sicherheit beiträgt. Die Befragten sehen klar die Politik in der Verantwortung, ihre Interessen als Verbraucher zu schützen. Aber nur jeder vierte traut der Politik das zu. In einigen Lebensbereichen sehen die Menschen ihre Interessen besonders bedroht, etwa bei Fragen rund um Telekommunikation, Finanzen sowie Gesundheit und Pflege, sagen die meisten, ihre Interessen seien nicht gut geschützt. Die Befragten wünschen sich deshalb mehr Beachtung ihrer Probleme durch die Politik. Wir sehen, Verbraucherschutz hat einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Aber in vielen Lebensbereichen besteht weiterhin Handlungsbedarf. Das kann erreicht werden durch verständliche Informationen, einfache Möglichkeiten sein Recht durchzusetzen, bessere gesetzliche Rahmenbedingungen. Die Politik und Unternehmen stehen in der Verantwortung. Sie müssen das Vertrauen in den Verbraucherschutz stärken. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bündelt die Kräfte der 16 Verbraucherzentralen in den Bundesländern und 25 weiteren verbraucherpolitischen Verbänden. Wir sind die starke Stimme aller Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, unabhängig ihrer Herkunft oder ihrer Lebensumstände. Weitere Informationen über den VZBV, seine Arbeit und den vollständigen Verbraucherreport finden Sie unter www.vzbv.de. Der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Stimme der Verbraucher.